hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft auch üblich ja meine Damen und Herren willkommen zurück bei einer weiteren Folge in der heutigen Folge werden wir Boden des Haupttausers machen das heißt hier um ich habe bisher noch nicht verliegt und dann dafür da dran kommt um aber ihr könnt abstimmen vielleicht wenn ich nicht vergessen und ich sage es einfach direkt wir bauen eine Statur für unsere Mini-Stadt kann man so sagen ähm oder wir bauen eine Dings eine Corona-Abzeichen das sind so meine Objekte also Überlegungen die ich habe ein Corona-Abzeichen das könnt ihr jetzt überlegen ähm aber in der heutigen Folge werden wir auf jeden Fall erstmal jetzt hier ist alles vergraben das denke ich wird auch zwei Folgen veranspuchen das wird hier äh Holz werden ich weiß nicht wie das aussieht ich bin erst mal werden wir das auf jeden Fall heute wegkramen und ja das ist so das hohe diffizierte zu haben und ja ich nicht genau so 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 zack 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 geklappt das könnte ein bisschen dauer und so wie es kommen am besten Stimmen Stimmen Wir wollten das ja mal auch Stein machen Aber ich hab's mir dann äh anders überlegt das ist jetzt auch weggegangen da brauchen wir jetzt eben mal schnell Holz damit das da wieder dran kommt damit wir das nicht vergessen so, ich will gleich mal hier so ein Holz und machen, so zick, das ist die Tür So, packen wir da bitte da dran Ok So, dann mach ich auch mal die Erde Puch Ja moin Da ist was falsch gesagt So Naja Ok Ach, Scheiße Naja gut So, das muss natürlich jetzt ja auch weg Ach, er zeigt das wieder da jetzt Jetzt ist es nicht Im Niedertal So 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 einfach kann man doch nicht ein Karte haben und dann von nachher ich weiß gar nicht was zu sagen soll beim allerdings ich hab mir gar kein Thema rausgesucht um was wir so erzählen können um ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben um um erzielen soll darüber ok dann haben wir das jetzt alles gemacht brauchen wir jetzt holen jetzt aber das haben wir ja hier mit drin das heißt können wir das hier ausnehmen das werden wir jetzt als benutzen so dann ist alles gut fangen wir einfach mal von hier an so machen wir erstmal hier das erste Zeug dann äh ja so so erst etwas soll jetzt hätten wir nur so ein bisschen der Stauern auch fertig auf der Farm gehen müssen aber das wäre hätte auch wer auch schnell gegangen zum Glück das für so eine Axt haben das Prozent die alles direkt gekloppt um aber um ich kann es halte nicht werden das war grüßt in den nächsten Folgen dazu wieder die Fakten werden wir wahrscheinlich heute noch nicht ganz fertig mit denen hinpläsen und allen da wird heute leider nicht passieren so so ok wartet so so ok perfekt so soll das dann auch aussehen hoch da nein wach bin ich los hey wenn ich los bin ich los ich komm ich ich Hilfe Hilfe das ist jetzt schon so eine lange Aufnahmstition wieder alles Wahnsinn das ist jetzt bestimmt die Schulder hat drei Folgen ich meine das ist jetzt nicht viel aber ich werde da noch ein paar dranhängen ähm und ja ach komm wir machen das jetzt alles Ruhe Kuhnblut noch fertig ich das würde jetzt nicht das herr Problem sind gibt es heute mal wieder ein längeres Video und ja ich kann euch da drauf freuen ich kann euch da drauf freuen so 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 ein ich hier nochmal ein Stück Namen St das sollte dann hoffentlich Reichen müsste Reichen so boah, ich verbohr mich schon oft so oft, ey so meine Hände ja, ich weiß, ich erzähle das so oft, aber ich kann halt nicht anders, ne wer die, wer die keine Themen reinschreibt, dann gerne hier auch nichts dafür, so so, dann haben wir das gleich geschafft und dann, ja können wir das dann auch schon mal wegstreichen ich werde dann in der Nächste vorgegangen sagen äh, was wir noch so machen also was wir machen, entweder eine in Corona-Zeichen, um es ja dunkel schnell schlafen gehen äh, entweder eine Corona-Zeichen oder, also so, Corona-Zeichen oder eine Statur das dürft ihr dann entscheiden ähm, aber naja ne na gut, na gut, ne gut so, äh dann, äh guck mir mal nach den Statistik, 1,9,8 3 nice und jetzt, äh, gucken wir nochmal her also machen wir so rauskommt ok, fünfmal hintereinander boom ähm oh, jetzt war ich wieder da rein, ich bin lost aber na gut so machen wir das dann in der Nächste vorgegangen mit den Fackeln, Placen ähm, und dann, äh, ja genau ach, ne, jetzt naja so warte mal, ich mach mal was gucken ta-da 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 Ok Na gut Dann hab ich das jetzt auch geguckt Da würde ich jetzt sagen Das war's mit Video Lass gern ein Like da und so weiter und so fort Ihr kennt das ganze Spielchen Und dann haben wir jetzt oder jetzt kommt also eigentlich komplette Modpack das gespielt hier wird Schluss wenn euch das mal auffällt es sind 148 und wir haben es in den letzten Wochen es werden und genau 148 Folgen um für das Modpack gebrauchen also man kann zu rechnen ungefähr da immer 100 14 Mord so 08 50 aber dazu wird dass ich noch was gebaut habe da ist dann noch was dazugekommen und ich denke es wird auch noch bis zur Folge 200 so angehen um und ja aber drüber naja gut ähm ich würde dann jetzt allerdings sagen das war's mit Video ich bin schon und dann würde ich sagen das war mit Video ich bin schon und sage tschüss und auf viel zu sehen tschaui ich bin schon mit Video dann ja die und dann die dann wie